Miau, willkommen zurück bei Tomb Raider. Dummerweise nehme ich das auf, bevor ihr mir sagen konntet, was ich ausrüsten soll. Deswegen warten wir mit dem Ausrüsten einfach noch ein bisschen. Werden wir uns auch später noch drüber freuen. Ähm, ja. Ich wollte nochmal vielmals um Entschuldigungen bitten, falls ich bei den Aufnahmen in letzter Zeit ein wenig zu gestresst war. Aber es war eine sehr stressige Woche und ich wollte eben den von mir selbst geplanten Aufnahmeplan unbedingt beibehalten. Ich habe das Gefühl, ich habe was übersehen. Da ist so ein Pfosten. Ja, aber jetzt so langsam... Ah ja, jetzt geht die Bachelorarbeit ihrem Ende entgegen. Und ich kann gerade in einer wohlverdienten Pause... Nein, mach den doch da fest. Oh, ein bisschen spielen und das ist gerade sehr schön und entspannend, muss ich wirklich sagen. Ich vermute allerdings, dass während ich hier aufnehme, die Post klingeln wird. Die kann ich da leider nicht gehen lassen, denn ich erwarte Bücher, die ich unbedingt brauche, haben muss... Will... Oh, hallo! Ja, 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 Hilfe braucht ihr. Denn ihr seid so gut wie tot. Oder ich, wenn ihr so weit erschießt. Der lebt noch. Nein, 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 lass das, lass das. So. Der lebt immer noch. So, jetzt aber. Wunderbar. Beziehungsweise, wenn ihr das hier jetzt schaut nächste Woche, dann habe ich die Arbeit schon von den ersten Korrekturlesern zurück. Also entweder bin ich dann jetzt sehr gut drauf oder sehr im Stress. Das kann ich jetzt nur nicht vorhersehen. Ich gehe mal da runter. Geht das? Autschi, ja. Geht. Da sind noch Sachen. Truhen. Truhen sind immer gut. Vor allem die große. Ich weiß noch nicht so ganz, was uns das hier bringt. Ich glaube noch nicht allzu viel. Aber wir können es ja trotzdem mal anzünden. Weil anders da hinten kommen wir von hier nicht dran. Ich glaube, dafür brauchen wir unseren Feuerpfeil. Den haben wir aber noch nicht. Aber ich glaube, den kriegen wir bald. So. Gut, jetzt können wir aber uns wieder auf den normalen Weg begehen. Ach, ich hatte ja was überlegt. Moment, ich will hier doch mal ihr anderes Outfit anziehen. Einfach der Abwechslung wegen. Kann ich hier gar nicht. Oder doch, war das bei Ausrüstung? Ja, es war bei Ausrüstung. So, so, Guerilla-Outfit ausrüsten. Habe ich schon? Jetzt habe ich's. Gut. So, damit wir einfach mal was anderes sehen. Vielleicht friert sie auch in der Weste nicht mehr so, ich weiß nicht. Ich möchte sie nicht so fiefrieren sehen. Vorsicht, Wasserfall. Gut. Die Kollegen hier unten haben wir schon erledigt. Die sind doch... Okay. Niemand mehr da, der uns gefährlich werden kann. Und alles voll. Alla gut. Da hinten blinkt was. Ich finde es immer so spannend hier einfach. Ins nichts zu springen und zu hoffen, dass sie sich festhält. Na, hebst du schon auf? Hebst du jetzt auf. So. Ah ja. Das war jetzt der Abwechslung mal gar nicht so gut versteckt. Okay, gleich sind wir nicht mehr voll. So. Oh, der ist ganz schön laut. Ich glaube, das ist nicht so praktisch. Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Auto gerät. Sam? 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 Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine. Lass sie sofort in Ruhe. Oh Gott. Ich finde, sie sieht jetzt viel gefährlicher aus. Aber das ist gut, denn ich fürchte, wenn wir Sam retten wollen, müssen wir gefährlich sein und aussehen. Ich will mich erst noch umgucken, auch wenn sie sich schon so überoffensichtlich dahingestellt hat, wo wir wohl hin müssen. Ja. Ah ja, gut. Gut, da hängt noch was. Hier können wir nur dran schießen. Aber waren wir da nicht schon? Doch, da waren wir doch ganz schon vor einer Weile. Na ja, dann gehen wir halt dahin, wo sie uns gerade schon den Weg hingezeigt hat. So. Okay, einfach springen. Ja. Alles voll, alles voll. Ich würde so gerne mehr mitnehmen. Ui! Nein, mach das nicht. Das brauchst du gar nicht. Ich liebe das, wenn wir uns... Gar nichts ist hier los. Was sollte los sein? Seid wachsam. Wir sehen nach. Komm, da ist irgendwas. Nein. Oh, 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 das war nicht gut. Ich wollte wieder auf dem Ding landen. Ah ja, okay, hier sind... Hier ist der Checkpoint. Und ich möchte nicht, dass ihr mir entgegenkommt. Vielen Dank. Spring da drauf, bitte. Danke. Gar nichts. Da ist nichts. Das träumst du. Habt ihr was gehört? Hier steht niemand mehr. Da ist noch einer. Ich höre noch wen. Ah ja. Was machst du denn da? Habt gar nicht mitgekriegt, dass ich deinen Kollegen gekillt habe. Hilfe, schnell! Ausseiterin wehrt dich! Natürlich tue ich das. Okay, wir gehen mal in den Kampf. Geht! 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 Wo seid ihr denn? Geht! 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 Ah ja, hinter mir seid ihr. Aber ihr wart doch oben auf dem Berg. War's das jetzt? Tatsächlich. Ich hab jetzt mit mehr Kampf gerechnet. Hier sind doch bestimmt noch welche oben. Aber sie zieht keine Waffe. Was ist das eigentlich? Können wir wieder was in Brand stecken? Okay, oh. Das wäre vielleicht nützlich gewesen im Kampf, aber wir haben es auch so geschafft. Ah, na gut. Ich bin überrascht, dass es das schon war. Ne, wir laufen lieber, bevor wir wieder hier in den Abgrund fallen. Oh, tief. Aber ich liebe diese Aussicht. Dich haben wir schon ausgeraubt. Was ist eigentlich damit? Es leuchtet auch so. Bringt es uns was? Keine Ahnung. Dich habe ich auch schon. Und dich noch nicht. Das sieht nicht vertrauenserweckend aus, Lara. Bist du dir da sicher? Ja. Aller gut. Ich will aber da hinten hin. Nein. Oh, Lara. Ah, ah. Oh, nein. Halt dich fest. Halt dich fest. Oh, vorbei. Oh, nein. So, ich... Oh, Gott. Hier sind wieder so viele spitze Sachen. Oh, verdammt. Tja, das hasse ich. Es ist halt überall spitz. Man erkennt gar nicht, welchen spitzen Weg man nehmen kann. Ich will mal hier links, 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 links. Okay, links geht nicht. Oh, sieht das hässlich aus? Nicht gut. Ich finde es tatsächlich sehr nervig, dass diese Sequenzen dann immer direkt neu starten. Dass man quasi gar keine andere Wahl hat, als direkt wieder reingeworfen zu werden. Oh, tief. Ouchie. Oh, Mädchen. Oh, Mädchen. Oh, nicht gut. Umschalt, umschalt. Okay, umschalt. Oh. Die Szene hasse ich, weil hier ist auch so viel spitzes Baumzeug. Und man erkennt gar nicht, wo man so wirklich durch muss. Oh. Entschuldige. Oh, Mist. Oh. Du findest aber auch viele tode Mädchen. Ich hasse es. Ganz viel Umschalt drücken. Umschalt, umschalt, umschalt. Okay. So, komm, wir schaffen das. Nein. Baum. Baum. Au. Oh, Mist. Es ist frustrierend. Zumindest die Szene könnten sie gerne sparen. Die immer wieder zu wiederholen. Oh Gott. Oh, Baum. Aua. Zieh die Beine hoch. Aua. Ich werde gleich wahnsinnig. Im Baumstamm steckt sie. Okay. Okay. Beim ersten Mal spielen, generell, habe ich das hier, bin ich wirklich hier dran verzweifelt. Beim zweiten Mal hat es beim ersten Versuch geklappt. Jetzt sieht es so aus, als müssten wir wieder verzweifeln. Immer wenn die Kamera dabei ist quasi. Komm schon. Also optisch ist die Szene ja sehr schön gemacht, aber von der Steuerung her macht sie mich wahnsinnig. Oh, kommt schon. Man kann auch so fest, wie man will, in die eine Richtung klicken. Das, die reagiert so spät. Oh. 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 Was passiert eigentlich, wenn ich nichts drücke? Wahrscheinlich kommen wir dann ganz gut durch. Aber ein bisschen muss ich trotzdem. Komm schon, ich drück ganz viel links, aber sie fliegt trotzdem nicht links. Ah, endlich. Aua. Oh... Ja, wie es aussieht, geht es uns schlecht. Suchen Sie nach erster Hilfe. Wir haben offene Wunden. Wir befinden uns in Barackenstadt. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir versuchen das nächste Mal der guten Lara erste Hilfe zu besorgen. Hier sieht es wirklich nach Baracken aus. Ich glaube, das hier wird kein angenehmer Part. Das hier wird jetzt auch so die letzte Stelle, die ich gespielt habe. Ich weiß nicht mehr bis wohin genau, aber ja. Die tolle Barackenstadt erkunden wir dann nächstes Mal. Macht es gut.